Heute sprechen wir über die besten Hundehalsbinder im Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Hundehalsbinder im Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das hochwertige Hundehalsband von Petson Docks besteht aus Nylon und ist drinnen mit Neopren gefüttert und verstärkt. Es ist für Hunde mit einem Halsumfang von 41 bis 57 cm konzipiert. Die Breite beträgt 25 mm. Eine der Gründe für das Gewicht von 59 g liegt darin. Die Kanten des Halsbandes sind abgerundet, damit sich das Tier nicht verletzen kann. Es werden nur Materialien gewählt, die leicht abwaschbar und wetterfest sind. Reflektoren wurden in das Textil eingenäht, um es nachts oder in der Dämmerung sichtbar zu machen. Abends spazieren zu gehen, auch auf dunklen Straßen oder in Städten, kann man auf diese Weise problemlos wagen. Nummer 4. Das Standard Hundehalsband von Hunde hat einen Umfang von 55 cm. Es besteht zu gleichen Teilen aus Spaltleder und Kunstleder. Es ist in Braun sowie in zahlreichen Farben und Größen erhältlich. Es zeichnet sich durch sein schlichtes Däschen aus, das dank der hohen Qualität der verwendeten Materialien wetterfest ist. Um dies zu erreichen, wurde das Spaltleder so behandelt, dass keine Feuchtigkeit in die Natursubstanz eindringen kann. Das robuste Halsband wurde komplett in Deutschland hergestellt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Das Lede Knufelwurf Halsband Sheridan ist, wie der Name schon sagt, ein Hundehalsband. Es hat einen Halsumfang von 36 cm, 45 cm und eine Breite von 3,4 cm. Es besteht aus echtem Leder und ist handgenäht. Die Zähigkeit von hochwertigem Leder ist sein Erkennungsmerkmal. Wenn der Hund abenteuerlustig an der Leine zieht, passiert nichts. Da es aus natürlichen Materialien besteht, ist es für das Tier sehr angenehm zu tragen. Im gleichen Atemzug produziert der Hersteller Knufelwurf Hundeleinen, die zum Halsband passen. Nummer 2. Die Lezampumilla Hundehalsband sind modern. Es ist für Hunde mit einem Halsumfang von 38 cm bis 50 cm geeignet. Der Farbton ist leuchtend grün, was die Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Dämmerung erhöht. Das Halsband ist mit 2,5 cm nicht übermäßig breit und kann von großen, mittleren und kleinen Hunden getragen werden. Die Leads können geblitzt werden oder nur mit einem festen Blühen leuchten. Reflektierende Fäden blitzen am Kragen, der beleuchtet ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Das Hunde Neoprene Reflekt. Das Hundehalsband hat eine Länge von 55 cm. Es passt für Hunde mit einem Halsumfang von 44 cm bis 51 cm und ist in Milliliter Größen erhältlich. Der Hersteller hat eine Breite von 4,5 cm angegeben. Das Halsband kann sowohl in normalen Situationen als auch für eine Vielzahl von Sportarten getragen werden. Nylon ist das verwendete Material. Es zeichnet sich durch seine hohe Robustheit aus. Zur Dämpfung wird weiches Neopren verwendet. Reflektierende Features finden sich am Hundehalsband. So können Sie Ihren treuen Vierbeiner im Dunkeln und sogar bei Sonnenuntergang sicher halten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Aufonnieren unseren YouTube-Kanal. Aufonnieren unseren YouTube-Kanal. Aufonnieren unseren YouTube-Kanal.